Musik 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 Ich bin Barbara, der hier unterrichtet Sumba und Salsa und Sumba ist die neue Bewegung weltweit. Die kommt aus Amerika von Beto Pérez, der viele lateinamerikanische Rhythmen und Tänze genommen hat und das in der Sumba verbindet. Zum Beispiel Merengue, Salsa, Cumbia, Bachata, Samba, Reggaeton und noch vieles mehr. Daher eignet sich das für alle Fitnesslevel, ob jung, alt, fit oder noch fit werden möchte, weil man kann die Schritte klein machen oder mit voller Energie, kann man sich auch gucken. Macht super viel Spaß, ich habe gerade sehr viele Kalorien dabei und ja, probiere es aus und machen welche. Wenn du dich, 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 wenn du dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.